willkommen so bei zocker tv und heute mit einem weiteren video meine freunde und ich wollte mich erstmal für den mega krassen support in letzter zeit bedanken das ist echt der wahnsinn wie aktiv ihr alle seid dazu erstmal ein ganz großes dankeschön und wie könnte man besser danke sagen als mit einem gewinnspiel also freunde ich verlose passend zum release des neuen geschmacks sour gummy worms eine level up tube inklusive shaker eurer wahl aus dem gesamten level up sortiment ist das geil oder ist das geil also was ihr dafür tun müsst ist ganz simpel und zwar solltet ihr erstens abonnent dieses kanals sein zweitens das video teilen facebook oder insta oder was ihr so habt keine ahnung drittens dem video einen like geben wovon ich erstmal sowieso ausgehe und viertens einen kommentar schreiben warum gerade ihr die tube und den shaker gewinnen wollt verseht den kommentar bitte mit dem hashtag level up da ich unter kommentaren mit diesem hashtag auslosen werde doppelte kommentare sind nicht erlaubt und werden gelöscht allerdings gibt es eine besonderheit und zwar habe ich in letzter zeit einige kanalmitglieder dazu gewonnen weshalb leute mit einer mitgliedschaft auf meinem kanal bevorzugt werden also leute noch zeit mitglied zu werden und zwar werden die kanalmitglieder in einem gta rennen wie es auch gerade hier hinter rund seht gegen mich antreten das ganze findet auf der ps4 statt wenn ein mitglied mich besiegt geht die tube und der shaker an den sieger aber sollte ich das rennen für mich entscheiden dann wird der gewinn ganz normal unter allen teilnehmern verlost das rennen für die kanalmitglieder findet am 18.03.2020 um 20 uhr im livestream statt geht dort kein sieger hervor läuft das gewinnspiel bis zum 22.03.2020 um 20 uhr werde ich den gewinner dann im live stream auslosen den gewinner werde ich dann per kommentar benachrichtigen und dieser meldet sich dann bitte bei mir unter der nun eingeblendeten e mail adresse um alles weitere wie kontaktdaten geschmacksorte und so weiter zu besprechen ich wünsche euch auf jeden fall viel glück und bin gespannt was für kommentare ich so zu lesen bekommen ich bin raus leute und schau